Ey Leute, was geht ab? Mein Name ist Mario und von mir gibt's heute nochmal ein paar Infos auf die Ohren und zwar betrifft das Assassin's Creed. Ich hab mich entschlossen, dieses Projekt abzubrechen, will ich jetzt vielleicht noch nicht ganz sagen, aber ich werd's auf jeden Fall auf längere Sicht erstmal pausieren, weil mich dieses Spiel einfach nur abfuckt. Ich hab keinen Bock mehr, dieses Spiel zu spielen. Auf der einen Seite find ich's geil, die Grafik ist cool und ich find auch das Prinzip von dem Spiel cool. Nur die Steuerung, es tut mir echt leid, die Steuerung ist so dermaßen, also für mich so dermaßen scheiße, dass ich ehrlich gesagt keinen Bock mehr hab. Ich hab echt Schwierigkeiten, mich zu motivieren, dieses Spiel zu spielen. Dadurch leiden natürlich auch die anderen Projekte, weil ich natürlich immer im Hinterkopf hab, ich müsste auch Assassin's Creed weitermachen. Ich kann nicht immer nur andere Projekte jetzt noch nach vorne holen und Assassin's Creed einfach nicht mehr. Deswegen werde ich Assassin's Creed jetzt offiziell erstmal beenden, beziehungsweise pausieren und von daher wird da jetzt erstmal nichts mehr kommen. Ich werd mal gucken, sehr wahrscheinlich werde ich, wenn so ein bisschen Gras über die Sache gewachsen ist, einfach nochmal gucken, ob's nicht vielleicht doch noch ein bisschen geht. Ich hab auch noch ein paar Folgen auf der Festplatte, die ich dann eventuell auch noch online stellen könnte, aber ich bin da schon ziemlich abgefuckt. Von Anfang, mehr oder weniger von Anfang bis Ende der Folgen und das will ich euch einfach nicht antun, das macht mir keinen Spaß und dann kann euch das genauso wenig Spaß machen. Außer natürlich steht da drauf, wenn ich vollkommen abgefuckt durch die Gegend blöke und brülle und weiß der Geil, weiß nicht alles. Soll's ja auch geben, aber ich glaube nicht, dass ich bis jetzt Leute angesammelt habe in meiner kleinen, aber feinen Community von immerhin über 50 Leuten schon, die auf sowas stehen. Weil ich hab ja bisher keine Videos rausgebracht, in der ich so, in der ich Rage Games spiele. Kommt auch noch so Unfair Mario oder Unfair Sonic oder Impossible Game oder was auch immer. Da kommt alles noch, gar keine Frage und dann gibt's unter Umständen auch den einen oder anderen, der da voll drauf abfällt, wenn ich hier am Fluchen, am Kacken und am Kotzen bin. Aber aktuell ist das definitiv nix für mich und ich denke auch nix für euch. Deswegen, es tut mir leid, ich weiß, es gibt zwei oder drei Leute von euch, die gucken meine Assassin's Creed Videos noch. Aber, ja, sorry, wie gesagt, ich hab keinerlei Motivation aktuell und deswegen wird das Spiel jetzt erstmal eingestampft. Vielleicht kommt's später nochmal, aber im Moment sieht's nicht so aus. Ich wollte euch nur noch darüber informieren, was ich hiermit getan habe. Von daher würde ich sagen, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, habt viel Spaß da draußen. Wir sehen uns in meinem nächsten Video. Ciao! No, 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 no.